Musik 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 Vielen Dank. Ich weiß, wie es kann von Spielern immer viel schwerer kommen. Der Mackel ist eh schon kaputt. Der Mackel ist eh schon kaputt. Nur ehrlich. Unschlechtes Mensch oder was. Ich darf dir nicht sagen, was er spielt. So ein Scherz-Hopper ist einfach nur instant los. Ich weiß es nicht, aber wie auch immer gesagt, was ich spiele, und dafür werde ich eine Karte sehen. Und du weißt, so eine Ranskarte, dass es wirklich gut sein kann. Ich sag's nicht. Ich hab keine Skopper. Leuer, Uber und so jetzt. Ist das auch cooler Cristian. Ja, ich sag mal. Mach mal drauf an, wenn es jetzt gewinnt. Kannst du das sein? Na, wenn'S jetzt gewinnt. Dann geht's sich mal vor. Genau. Schön spannend sein. Schön eingangs willkommen. Das ist hier einfach leisterisch. Ich kann auch nicht so schön essen. Ah, ok. Nein, ich spiele es gut. Ich will es nicht sagen. Ich höre, das hat er euch jetzt erzählt. Das ist eine sehr krasse Sache. Obwohl es sich vielleicht nicht so gut ausfällt. Ich spiele Lichtmixchen, gell? Ich fange an. Ich spiele es nicht. Ja. Und er hat sich gelägt, dass so viel Rending Metal da ist. Ja, das ist das schiefste Metal für euch. Wieso schlimmer ist Metal für Rondy? Ja, okay. Mein Arzt mit Rending Metal sein. Du kannst ja nicht mal einen Schöntel machen. Ja, fast. Du musst einen Schöntel machen. Du kannst nur, wenn du einen Schöntel machen kannst. Wenn die Rondy kommt. Du musst dich wissen. Hast du irgendeinen Lauterbremover? Du müsstest Lauterback im Zeitplatz spielen. Du kannst ja nicht zurückcountern. Du kannst ja nicht zurückcountern. Oder du kannst ja nicht zurückcountern. Oder du kannst ja nicht zurückcountern. Oder du bist noch viel tot rum. Was macht Riona gegen Schö auf dem Omni? Kannst du immer gut haben? Du musst ihn immer gut einfach haben. Ja. Ja. Du suchst ihn immer gut. Ja, das ist der Plan. Oder der Ella Damm ist. Der Ella Damm ist voll wieder nach vorne. Mit einer gewissen Partie. Es ist schwer. Es ist echt. Es ist das Urschirige Mädchen. Ja, finde ich Spaß. Ja. Die Hand wäre so geil gegen andere Dags. Doppelsatz. Das ist ein Blowshares. Ich bin bei euch da jetzt bei mir. Ich weiß nicht genau, was du spielst. Aber ich denke, es ist ein Doppelsatz zu Blowshares mit Force Monofil zu spielen. Nein. Das ist so eine Art, die ist gegen unbekannte Zunge. Aber... Ach, danke. Gegen Dale hat er gesehen, hätte ich vorne wahrscheinlich jetzt. Aber gegen das... West End. Ja. Danke. Und die wenigsten Karten, wenn du so bist, das ist schon klar. Ja. 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 Es war so lustig, beim letzten Mal, ich vermute uns auch mal scheiße. Ja, das sind Spiele mit Rock gegen einen Hübler. Der Hübler, der hat auch 5 gemaliget. Und ich hab 7 gehabt, und er hat noch immer so gedacht, naja, sie ist tot, sie ist tot da immer da. Aber der hat ein Gewinntag. Ah ja. Gestern habe ich keine Spiele gegen die A7 und ich gehe auf 500, deshalb habe ich 5 Winter gekonnt. Ich habe schon wieder keine Spiele gekonnt. Jetzt meine ich ja nicht wieder auf 5, aber leider bist du nicht der Gnärz? Dann wird der Marc mal erzählen, wer gegen Marlingen 3 verloren hat. Ich habe mal mit Marlingen 2 gewonnen, aber es war mit 3, das ist halt keine Lens für mich. Aber wir sind wieder, wie geht der gegen Marlingen 3? Wir machen irgendwie so Down the Race, gegner Plan an First of Paradise, gegen Marc mit Plan an First of Paradise, und macht dann nichts gegner Plan an First of Paradise. Ja, so geht's. Ich habe so meine Geschichte. So. Ja, das ist ein interessanter Blosches jetzt weg. Das ist wieder die Säbehafte. Das sind jetzt kein interessanter Blosches. Ja, das gibt es jetzt. Das gibt es so gerne. Ja, 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 das gibt es so gerne. Georg! Ich hoffe es hier. Das ist es euch nicht. Das ist einfach nicht ganz. Ja, das ist mir immer das Ganze wieder. Die Säbehafte ist nicht ein interessanter Blosches. Wenn es geschah... Vielen Dank. 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 Entschuldigung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist wirklich sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Das war's. Die haben wir wieder hin. Die sind nicht heiss. Ja. Innelevan in Yu-ge-ho-kina fällt es so, dass es richtig ist. Die ist nicht heiss. Aber das ist ja noch ein bisschen heiss. Ja. Ja. Sag mal, du bist du. Es ist nicht so gut. 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 Vielen Dank. 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 ... 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 Das ist doch 13. Das ist jetzt bei mir kurz dein Leben weitergeschrieben, weil ich bin auf 15. Wie oft hast du schon fetscht? 1, 2, 3, 15, 14. Entschuldigung, es sind 14 Peilen, auf den wir jetzt fetschen. Vielleicht ist es vom Romer. Vielleicht ist es vom Romer. Wenn das ist eine Zusage, das ist das Paar. Oder das Zins oder was auch immer. Das habe ich mich einer. Aber ich bin einer. Der Schlüssel sind 3. Der Schlüssel ist 3. Die Schlüssel ins Bett. Aber ich bin einer. Müller sein. Und die Schlüssel ist ein Tril. Ja, das nehmen wir da, das nehmen wir da, das nehmen wir da. Ja, das nehmen wir da, das nehmen wir da. Ja, das nehmen wir da. Ja, das nehmen wir da, das nehmen wir da. Ja, das nehmen wir da, das nehmen wir da. Ja, 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 das nehmen wir da. Ich muss noch Chase, denn ich muss keinen. Ich habe die Kontrollen über die Mainz verloren, weil er hat die Dicken zu seinem Claster vollkommen. Ich kann das so chasen. Das habe ich in Modeln schon sehr oft gemacht, dementsprechend eines. Aber es ist lecker, sie kommt bei Kontrollen, wie man es mit Holz nicht so erscheint. Mentor ist voll okay. Das ist okay. Lass da fahren. Heiß fahren. Triggered. Okay. Ich habe sogar Dome. Ja. Ich dachte, jetzt komme ich im Team. Ganz okay. Ich habe die Karte. Ich habe die Karte. Ich habe die Karte. Ich habe die Karte. Der ist perfekt. Und? Und? Dann bist du. Jetzt würde ich dich zu krankisch heißen. Schön, Herrgau. Ja. Er geht nicht? Er geht nicht. Er geht nicht. Er geht nicht. Ja, wir sind gut. Ich habe die Karte. Ich habe mich mit Mühe gegeben. Die sind halt vom Zutun zur Karte. Aber du fühlst es nicht aus. Das Spiel ist der nächste, ich weiß es auch nicht. Wie lange braucht es ja zwölf? Zwei Minuten. Boah, Stattiger. Keine Ahnung. Das Schwert hat er noch mal spät. Das war top. Das war höchstiger als der Sorg. Das wäre höchstens zwölf. Das ist ja auch schon zwölf. Ich habe Lust, dass du nicht mit einem Schwert rechnest, jetzt oder? Am Ende war ich schon mit sovielführenden Spielen. Oder welches Schwert meinst du? Also das andere. Meine Schwert, oder? Was? Meine Schwert haben wir den Arsch gehalten. Wow. Ja, das ist Zollerfeier. Ich bin jetzt traurig. Ich bin jetzt traurig. Das ist so verächtet. Ich bin jetzt nicht mit einem Jawbreaker. Ich bin jetzt so nicht aufgett. Mir ist es eben. Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht mit Spänzen. Das ist nicht mit Spänzen, ja. Das ist nicht mit Hausaufbau. Geht sich auch gleich mal ins Wort? Ja, gegeneinig geworden ist hier eine ganze Krankheit. Das ist das Schlimme gegen 1 und macht wie wir es vor. Ich habe jetzt echt nicht gewusst, wie ich richtig geworden bin. Er wird immer wieder Device. ... also 2 bis 3 Jahre.... 9 Uhr. ... auf die Autorbesitzer, die dann somit wusste, auch Content mit 2arten. ... Was soll man da nehmen? Das sind alles Geldnütz. Das ist der Scheiss. Das Format ist schon kaputt. Der Prall ist Geldnütz. Ich nehme da die Brätsamme. Der ist immer gut. Das stimmt. Ich habe es gut zuerst. Dann fressen wir mal. Sicher ist sicher. Vielleicht hätte ich genau deswegen ein Dicken nehmen sollen. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Du kannst sie nicht fälschen, dann kann ich dir so nederig sagen. Okay, danke. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe kein Problem. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja! Ich glaube nicht, dass du Platon spielst. Ich habe schon keine Angst, aber ich kann es nicht sein. Ähm... Da wird Wichtung, ja. So, ne? Mh... Wollen wir uns nämlich das Wichtigste, gell? Wollen wir mal Kasten? Okay, dann muss man gucken. So wird pustig. Oh, nein! Dankeschön! Ja! Lass mich hier nicht hin! Ja, das ist einfach... Nur gemacht, um zu spielen, dann zu spielen. Ja, eigentlich. Nicht genau, ja. Das ist nicht so weiter! Ja, das ist nicht so. Das ist auch so. Sorry. Wo ist die Schade? Vielen Dank. ... aus dem Produkt. Ja, genau. Das erste hat er verloren. Ja, genau. Aber der Giga war vielleicht. Genau. Ist die verloren? Wir können zeigen. Was ist das? Das ist die normalen Spur. Das war der letzte Mal. Ja, das war der letzte Mal. Ja, das war der letzte Mal. Ja, das war der, die Läge ist. Das war der nächste Mal. Ja, das war der letzte Mal. Wie soll ich jetzt die andere Bedeutung sein? Oh, wie soll ich die Bedeutung sein? Wie soll ich die Bedeutung sein? Tief mal? Sie können sagen, die Bedeutung, die Bedeutung bekommen. Die Bedeutung, die in das Bedeutung haben. Das ist auch ich. Und dann ist es so, dass ich da ein bisschen freisd da bin. Ihr wisst. Fuck it. Cheers. Ja. Ich habe nicht so lange er spielt, dass man mit der Sprung hat. Nein, der schwarze Mann ist nur in die Tür. Ja, aber dass er irgendeinen Textexpring wegmachen kann. Das ist der Name. Ja, das ist der Name. Das ist der Name. Er wird wohl andere Solutions, bitte. Guckt, sonst wird es nicht schlecht, dass der Dekker lässt. Die Dekker werden. Oder das Land, wo man so ein bisschen so ein bisschen hat. Das ist irgendwas. Das ist das, was ich so mache. Das ist das, was ich so mache. Ja. Das geht ziemlich schnell. Nicht so. Du hast mit der Fettung Pause. Du hast viermal eine Kette nach unten. Ja. Ja. Ich bin der Fettung. 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 Trigger ist manchmal schwer. EF-10. Kriegst du? Ja. Ist okay. Handkartnast. Und dann Triggers. Ja, alles gut. Hallo. Ja, alles gut. Das andere ist mein Hauptsache. Okay, ich werde jetzt nicht sagen. Ja, ich habe einen Blick. 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 Ich habe einen Blick. Schwer, dass ich ihn angriffen habe. Ja, ich habe einen Blick. Ich habe einen Blick. Ja, ich habe einen Blick. Ja, ich habe einen Blick. Ja, ich habe einen Blick. Ich habe einen Blick. Ich habe einen Blick. Ja, ich habe einen Blick. Da fahren Sie sich an hin. Ja, sicher. Ich habe einen Blick. So, ich spiele mal so ein Pringverdichter, um die exakte Mainphase auf dem Platz. Ja, das ist ja noch ein Bestand. Schauen wir mal was passiert. Das ist ein scheiß Schwert. Ich habe genau zwei Schwerte zurückgelassen. Okay. Vielen Dank.